so leute jetzt willkommen zum neuen part von let's play kobe ja ich nehme gerade um 0 und 0 auf und ja ich bin gerade so cool also ich bin gerade so lustig weil ich habe gerade gesehen dass domtendu und noch der der shiny hand zu dir noch noch online ist das ist cool dass wir zusammen zocken also auf jeden fall mal auf jeden fall noch mal viel druck von mir normal auf jeden fall ja und auch noch an den guten weg weg tricks auch noch mal als gute bei den outlast stream danke euch ich mache alles freiwillig als dank einfach also einfach als aus dank ich danke euch jetzt geht es weiter mit der neuen folge ja wir freuen uns also jetzt gemeinsam auf einen neuen folge hier von kürbis da allein ich wünsche euch ganz ganz viel spaß es kommt genau machen weiter mit dem mission 4 das letzte was auch noch fehlt es wird glaube ich cool und fang an also ich würde niemals scheint dies sammeln also ich mache so auf keinen fall da richtig auch raster da kriege ich ja auch ausraster so was mache ich niemals baby you niemals wie so anstrengend wirklich es wird glaube ich ganz cool aber okay wir fangen wir fangen einfach an ich frage mich darauf hier auf das finale level von kürbis da heißt ich spiel danach übrigens auch noch der sache abbewerb auf der wald zu also anspann der part auf jeden fall ja ich freue mich drauf also ich bin mal gespannt wie wir anstellen werde also ich glaube so schwer wird es nicht sein aber man weiß ja nie so ich glaube ich brauche besser mal den schneemann hier der schneemann kann mir gut helfen aber lustig dass man auch mal juli sieht in der face game finde ich voll cool irgendwie so ja wie kann man den eis nehmen ja so ist gut so kommen machen ja so es war gut was gut danke ich danke dir cool da war noch so ein item drin sehr cool danke danke alles gut wir machen weiter und einmal zack schneiden das war auch ganz gut danke das ist ein pult halterin sehr schön frau bisher ja und da gibt es noch weitere so klapper zangen cool baby so jetzt mal aufreißen außerdem auch sehr gut bei bio ja muss auch sein genauso ein bisschen geil und bisschen spaß dabei haben ist wichtig immer bei den spiel oder etwas gemälde ok ich merke schon sehr schön die sind wir magola ok ja auch cool sind fast gestorben aber ich kann nicht dagegen tun so 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 Das war's. Das war's. Das war's. Oh, scheiße. Ich bin gefährlich. Ich muss mal viel lernen, kann man sagen. Ich bin ruhig, weil ich nichts verstehe. Das war's. 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 Ich glaub, nee, da ist nichts. Okay, alles klar. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Wird nicht so schlecht. Also, ja. Das war's. Oh, das wird auch cool. Das wird cool hier sowas. hoch runter. Das wird auch krass. Ja, das läuft jetzt sehr schön bis jetzt. Sehr schön. Ich hoffe, das Video stößt auch nicht ab. Ich hoffe, es stößt nicht ab, das Video sonst wer als Scheiße. Hm. Aber ist auch gemein, das ist... Ah, Gott. Naja, okay. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, ich so. Ja, das war's. Aber, ja. meine freunde gestorben ist er traurig aber okay ich dummkopf er tun hat ich war schuld nach einer ok einer in ordnung vorsichtig ist mir wichtig ja gut danke das könnte ja noch was türbel der lachs wichtig richtig wichtig richtig das cool sind cooler ach so wie toll aber ist alles gut muss man das checken haben auch trampolin ja ja okay dann machen wir so sagt sagt der video war gut hat man die ganzen säcken die ganzen säck säck besoffen so die geilen säck besoffen besäufer oder auch der bis heute dem ich weiß auch nicht weil sie noch versorgen gibt damit besoffen hat bezollter ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Cool, das ist cool Oh, du bist geil, danke, ich habe mich auch dafür gebraucht, deshalb Dank, ich war nett von dir. Oder auch nicht, ich brauche, oder? Ich brauche nicht, oder? Ne, auch nicht unbedingt, aber trotzdem, Dankeschön, weil mir Gold war, was da anstatt vorher was anzusetzen. Oh, mein Gott, ey. Sorry, aber ich bin nicht so gut heute irgendwie, oder tue ich nur so doof. Egal, egal, let's go. Jetzt haben wir wieder volles Leben. Ja, so spät, aber tue ich, kommst du dir da doof, Mann, okay, let's go, genau. Das mache ich schon fertig, du, die mache ich schon fertig, du verregelst, Mann, komm her. Ich versuche, die Pferde zu machen. Fertig, fertig, fertig. So, wie mache ich die am besten fertig? Ein bisschen da stehe und dann von da angreifen. Ja, doch, ist, glaube ich, nicht so schlecht. Komm her, Mann. Hey, da oben bist du, du verregelst Fich, Mann, hau ab, Mann. Oh, mein Gott. Cool. Ja, steht ein, ne? Ein Schütz, ne, doch nicht, schützt auch nicht ein. Da halt nicht, ist aber nicht schlimm. Ja, das ist jetzt sehr cool. Das war's, oder? Noch nicht, doch, das war schon. Ne, noch nicht, oder? Ne, ich dachte schon, ob es war, aber ich habe es jetzt sehr schön. Wirklich. Jetzt muss doch noch was Spannels kommen, noch irgendwie ein Kampf. Das wäre das Finale wütig, auf jeden Fall. Aber müsst ihr wissen, na, ihr seid doch die Chefs. Aber okay, ich schockiere euch nochmal den letzten Rest vom Level. Also bis jetzt sehr cool, so wie auf jeden Fall sehr cool. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Okay, gehen wir rein, let's go. Niemand hält mich auf, Mann. Zack, 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 baby you. Oh, Mann, Gott, war knapp. Sorry, Leute, ist aber okay. Ja, wäre gut. Rein mit uns, baby you. Rein mit uns, rein mit uns. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt das Finale, glaube ich auch. Ja, jetzt kommt das Finale, ich merke schon bei you. Wir müssen uns anstrengen, anstrengen. Und immer und immer und immer und immer wieder zusammenhalten. Das ist uns wichtig, wirklich. Okay, jetzt kommt drauf an, was wir liefern. Ich glaube, ich will jedenfalls den haben hier. Ausdürfe der Lachs. Machen wir so. Ja, machen wir so, so ist gut. Was nehme ich hier noch? Ich nehme, glaube ich, den Hammer. Ja, der Hammer ist cool. Ja, wir haben noch so viel Sexen, das ist cool. Let's go, jetzt kämpfen. Ich weiß, jetzt hätte ich nichts von Bosskampf. Ich bin das client hier reingegangen. Kein Problem, aber jetzt bin ich mal gespannt. Was uns was für ein Boss erratet. Ah, der Tag, der Tag, die Idee. Der normale kennt ja jeder, aber jetzt kommt an, die Idee in Dark, in Dark, auch wo, dabei. Alles klar, das wird cool, glaube ich. Das wird schon geil. Let's go, genau. So. Ich mache ich fertig, komm. In Dark mache ich die auch fertig, Mann. Die Mucke ist auch voll cool, die Mucke. Dumme sein, Baby-Jungenau. Komm her, Mann. Ich mache ich fertig, komm her. Zack, zack, zack. Oh nein, scheiße. Nein, nein. Oh, es geht ja. Oh oh. Scheiße. Oh oh. Scheiße. Ich bin schwer. Ja. Ja. Ich darf nicht mehr machen, sonst sterbe ich noch. Ich muss mich nicht in Schutz nehmen, sonst sterbe ich noch, Baby Yu. Wichtig, dass wir das Überleben jetzt. Ich darf nichts mehr machen, war da nochmal schwer jetzt. Komm, mach was, mach jetzt was, bitte. Besieg ihn. Scheiße. Komm, mach ihn, down. Ja. Ja, danke, ich liebe euch, danke, ich liebe euch. Ist er down oder nicht? Ich glaube schon, dass er down ist. Wow. Ich habe mich noch geschützt, weil ich nicht wollte, ob ich besiegt werde. Ja, dank meiner Schützung wurde ich noch am Leben geweckt. Ich liebe euch, danke sehr. Und ich gebe euch den besonderen Zauberstab. Let's go. Cooler Kampf auf jeden Fall, ich bin ein Guide. Auf nächstes Update. War echt cool, wirklich jetzt bei Baby Yu, war echt ein cooler Kampf. Ja, richtig cool. Haben ein bisschen gebraucht, aber man muss sowas mal machen. Man müsste mal sowas echt länger machen, aber ich habe mich ein bisschen beeilt, weil ich halt auch gleich schlafen muss. Und deswegen habe ich das in Ruhe gemacht. Ja, ich würde sagen, wir spielen gleich noch Zelda Breath of the Wild, bis gleich wieder Video. Ich freue mich drauf. Ich habe gerade noch zu Kopf 3 zu einem gespielt. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, okay. 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 Was ist das für ein Schiss? Okay. 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 zack baby you danke so cool willkommen mein name ist wo meidu im namen der kunstin hallo sollst du geprüft werden einmal erst mal das stein der übertragung das modell haben wir auch sehr cool baby ich danke dem review einfach stoppen und dann im richtigen moment so ist gut auch gutes werk auf jeden fall wo auch knapp aber das heißt so muss man immer spannend muss immer sein hallo ein hammer ursprünglich zum strommern vom erz einworfen trägst du dieses schwert hast du einfach spaß hast du einfach das spaß siegste hammer gewehr schwert der welt gefühlt hast du raus ich tue glaube ich die fang raus und noch als ersatz also als ersatz nach so und natürlich noch diese fackel axt heraus heraus so ich glaube da oben ist auch noch etwas cooles das habe ich gehört ja er war schon raus gehen jetzt müssen wir im rhythmus auch mit den gehen sehr gut so sein baby you cool sehr sehr cool also heute läuft heute läuft einfach alles am schnürchen ich bin auch deswegen zufrieden baby you danke euch und dabei sein ich habe heute sehr viel mühe gemacht ganz viel let's plays aber okay man muss ja auch mühe geben aber ich liebe ja auch mühe sich zu geben so egal ach so sauber ganz vergessen genau mit den starbuss modul genau scheiße nein das ist glaube ich nicht mehr oder doch doch ist untergefallen sorry okay dann denke ich doch noch ja okay ich glaube ich noch ein bisschen nach rechts aber dann bin ich der untergefallen aber egal hallo ja hi du hast meine prüfung gemeistert ohne zweifel bist du der ausgewählte erhält in der göttlichen halber verleihe ich dir ein zeichen der bewährung danke sehr ja ich habe gerade noch joko 3 gespielt ein bisschen ohne euch war cool aber ich verstehe zelda und andere sachen mehr also nicht wundern hiermit ist mein dienst erfüllt ich weiß danke so und da sind wir wieder ich gucke mal eben hier oben nochmal oben wer will es gehen wir waren ganz schnell nicht weg aber so muss auch sein so ist cool so ist kreil und perfekte wenn wir so hervorschreiten diese diese eise kälte ok alles klar gut bitte nicht sehen weil ich ja nichts habe essen ja auch nicht wirklich deswegen die besser mal ich auch irgendwie noch eine kugel die können auch schauen ich glaube komm herr zack baby jo er war voll cool irgendwie da sind krok drin oder ne ähm doch ne kiste kein krok aber ne kiste reisebogen sehr cool danke sehr mal ein bisschen damit fallen so ja ich glaube da ist auch nichts mehr wichtig sondern ja doch kommen wir mal runter klettern kommt tatsächlich mal runter klettern wir schaffen natürlich nur als ihr was gut geklappt hat guck mal das war nicht ja okay das war cool aber ich hab verkackt der martin reichner dem was okay wie ich liebe euch was so toll mit euch